so tatütata leute hier bin ich wieder ich habe jetzt mal den exklusiv vollbildmodus rausgeschmissen ich hoffe das hilft was ansonsten ja geben wir dann auch die ideen aus was habe ich das gemacht schalter betätigt für was ok für den total für den arsch der war doch schon offen oder hacken übernehmen Anomalie festgestellt. Tracing-Programm initialisiert. Das schaffen wir noch. Zugriff gewährt! Juhu! Post! Öffnen. Nimm. Nimm! 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 Oh! Ich bin allein. Bleib wahr, ist mein Bruder! Ich wollte es einfach auf. Nimm! 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 Bruder! Wir mit dir untersuchen. Ah! Ich hätte mich dumm schließen sollen. Äh, dumm schließen. Ach, verdammt Dachsan. Dumm stehen. Dumm schließen, sag ich schon. Schicane, wir haben ein Problem. Unser Kontakt wurde von der Polizei einkassiert. Ich kenne die Bullen in Gollum, Jensen. Mit ihrem Interpol-Ausweis kommen sie bei denen nicht weit. Den habe ich gar nicht dabei. Sie halten ihn an einem Ort namens Die Enge fest. Ich melde mich, sobald ich ihn finde. Hm. Ist so eine Tür? Gibt es eigentlich einen Bonus dafür? Das würde mich mal echt interessieren, Leute. Ja, ich weiß. Der Gras soll jeden Scheiß ab, sagt er euch. Warum spielt dann wie alle anderen einfach das Spiel durch? Ganz einfach. Kein Bock. Ich mag halt die Herausforderung, dass ich vielleicht alles finde zum Schluss. Keine Ahnung. Oh, okay. Oh. So, nochmal. Oh. Oh, toll. das kann man doch zu stürmen aber hier ist alles giftig will ich ja da wirklich rein ich glaube nicht ist das dunkles bier es ist ein alkohol dicker sein hätte kann ja alles saufen mann ich muss runter dass mich raten sperr zu na ja da hatte ich doch irgendwie so das multitool auf kratzer anzeigen egal wie war das mit dem multitool zurück ob ich das noch multitool geht das über die wanders meint es fällt auf wenn ich mich da so heimlich rein schleichen ich habe gedacht ich komme da irgendwie rein aber irgendwie doch nicht alles scheiße vielleicht von oben die lichteffekte manchmal die blenden so beschissen da geht doch was rein ja was wirst du machen weglegen so gehen wir hier rein kommen wir mal raus rum gefahren so nah hoch bin ich weiter 6123 habe ich den code kommt mir aufgefallen was suche ich überhaupt sie sind öffne dich was suche ich das ne das suche ich nicht schmerzmittel suche ich ne ne oh ein praxiskit das müssen wir gleich annehmen für was aber tja könnte ich Roboter steuern das ist eigentlich schon lustig wir kommen zurück wir kommen zurück hinter das kann ich nur machen verstärken das war nicht so schlecht verstärken ich verstärk mal gibt es eigentlich noch was anderes zurück was ist das ach kriege ich noch eh ok naja jetzt gucken wir mal jetzt schauen wir mal wie wir es hinkriegen und dann sehen wir das schon weiter mag hier was strom ich denke ich mir warum bewegt das ist zu schnell hier ist selber nein hier muss ich hacken na toll verstärken ich hoffe ich nicht mehr nein ich hätte einen jugend nehmen nein oh alter und falter weh ich hab mir mein in die häuse gepilzt oh man Leute ich bin fertig und ich bin am ende hier so und jetzt teubungspfeiler ich hab jetzt einen strom ausgestellt und jetzt leute nochmal ein praxiskit nein eine biozelle natürlich aber biozellen kann ich auch gebrauchen hier geh mal rück geh mal rück geh mal rück geh mal rück so ist schon wie war das v glaube ich oder ich drücke immer die falschen b b so zurück und wo kann ich jetzt dann dahin und es fällt auf wenn ich da jetzt wieder zurück geh weil du bist du woher jetzt ich zu mir Die rennen mir jetzt auch nicht hinterher, oder? Fenster öffnen. Guck mal, woanders hin. Ja, ja. Können die mal woanders hin schauen? So. Mal schauen, was im PDA drin steht. Okay. Und das, was mir irgendwie weiterhilft. So, kann ich mal in die Hacken? Ich muss mal irgendwie aufpassen, dass der mich sieht. Hecken. Äh, scheiße, toll. Leute, man! Ich komm nicht drauf! Mann! Ah, nein! Scheiße! Nein! Kacke, jetzt kriege ich Jäger. Kriege ich Jäger? Oh shit. Das war aber das nie geplant. Also? Was ist mit der Kiste? Das ist ja immer so. Hä? Geht's weiter? Cool! Komm, einmal hacken tun wir jetzt noch. Das müssen wir hinhauen, oder? Ja, ja. 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 Toll, jetzt gehts so easy ne? Stupid. Okay, auch immerhin Code. Man weiß, für was es ist dienen, man braucht. Ich hab noch grad' keinen Bock wieder mal durchzulesen. Strom? ich habe die ganze zeit so reingehen können ja warum umständlich toll stödelmann stödel tut 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 Das ist auch Sperrzone. Überall Sperrzone, Mann, hey. Okay, das wäre zu einfach, ne? Hier einfach rein zu machen. Bis doch rumschauen, was es da gibt. Mit den NPCs würde ich nicht rumlabern, weil die da war eh nur Dreck. Ja, oh mein Gott. Zivilist. Außerhalb des anderen Hintergrundinformationen. Kannst du mir gerne sagen. Eine Pistole. Zehn Millimeter. Habe ich glaube ich auch schon. Säulehetzer. Nicht. Nicht, nicht. Bestimmt auch Sperrzone, oder? Immer so klar. Den könnte ich ja eiskalt ausschalten, ne? Warum sollte ich mich so umständlich machen? Von der Seite. Das ist doch total Banane. Das macht doch keiner freiwillig, oder? Da drüben habe ich ein... Jetzt gehen wir mal so. Hey Kumpel. Na, sass du. So. Schau mal, ich kann doch hier easy durchgehen, oder? Warum soll das mir so umständlich machen? Den machen wir mal zu. Huch. Befehlskette, deshalb. Warum geht denn eins nicht? Hör zu. Wir müssen Respekt lernen. Bup. Genau, die sitzt eh gut. Der Typ, der schaut eh bloß durch die Gegend. Brauche ich doch gar nicht. Warum nehme ich die scheiße mit? Und was will ich jetzt hier überhaupt? Einen blöden Spind anschauen? Schuhe. Hm. Was ist sonst? Schau mal. Kann ich da was tauchen? Keine Wolle-Munition. Nö. Zubehör. So. Standard-Gewehr-Munition. Wir nehmen es mal mit. Die Standard-Gewehr-Munition. Die Standard-Gewehr-Munition. So. Taktische Schrotflinte. Taktische Schrotflinte.